Willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind in den Schlafräumen angekommen und da sind Kourtney und... ...Viktoria wird schlafen, weil es so lange dauert. Das finde ich gut, dass es da hängt. Info-Ding. Backpack wurde geklaut. Da-da-da. Mein Adress. The bitch stole my friend's new face cream. Was expensive. Ja, das sind natürlich Probleme. Was ich noch sagen wollte, das sind natürlich Probleme, wenn einem die Gesichtscreme geklaut wird. Hm. Don't let Big Brother watch you. An intrusive surveillance system would be installed. Blackwell isn't that big, but it feels like a labyrinth. Ich hab übrigens noch mal den In-Game-Sound lauter gemacht, weil das ist mein größtes Problem bei den Aufnahmen. Den In-Game-Sound richtig abzustimmen. Willkommen zu Blackwell. Das ist doch ziemlich äh... sarkastisch manchmal. Hier ist State. Room 217. Kein Weg in die Hölle bin ich hier immer. Warum nicht? Achso, Mörder? Ist das... äh... pfff. Is this a Vortex Club or a Victoria Club Initiation? Truly pathetic. Taylor's a slave. Reingehen kann man da nicht, ne? Ne. Juliet, extreme reporter. Read this week's edition of the Blackwell Totem. Seriously. Who cares? Hat jemand drunter geschrieben. Ist das sehr schön. Dane ist still a cheerleader at heart. Stomp-Am, Bigfords. Ach, Stomp-Am. Entschuldigung. Hier wieder so'n vermissten Poster. This girl must have been popular. She's everywhere. Davon werde ich mir aber auch nicht mehr alle angucken von, äh... ...den vermissten Postern. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Sieht wieder sehr schön aus. Was haben wir denn hier sonst noch? Mehr Nachrichten. Be alert on campus. Observe the following tips for your safety. Always be... Moment. Always be aware of your location. Ähm... Sei dir immer sicher, wo du bist. Äh... Sei... Lass immer ne'n Freund wissen, wo du bist und... ... oder wohin du gehst. Blablabla blablabla blablabla. Ja, hab das jetzt soo wichtig ist. Ach so, da waren wir noch mehr im Moment. Ähm... Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Geek Girls Book Club. Looking for like-minded souls to read and discuss authors. Okay, äh, das ist ein, ähm, Buchclub. Naja, wer's mag. Die Duschen. Kann ich nicht rein, weil der Flur nass ist. Ist der Feuer alarm? Da sind die Toiletten. Was haben wir hier? Sie leben. Don't be a Zombie. Social Media has a time and place. Don't leave... Let life flash you by. Ja, ist aber gar nicht mehr so unrichtig, ne? Also ständig nur auf Facebook oder Twitter oder der ganze Scheiß rumzuhängen. Hm. Okay, das ist just mean and stupid. Will bang for Jesus. Haha. Is this... Kate's room? Oder was is this? Peace. Diese Auktion will Konsequenzen haben. This is like the public DNA of our dorm. Don't let depression keep you down. Lost phone. Statistic Tutor wanted. Okay. Okay. Also, äh... Ich überleg gerade, ob ich mir jedes... Äh, von diesen, ähm, Boards angucken soll, weil das ist doch viel. Oh, Victoria. Give me a fucking break. Be the change you wish to see. Be the change you wish to see. Gandhi. Das Sprichwort an sich ist ja nicht schlecht. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Ach, ist ihr eigener Raum. Was hat sie jetzt geschrieben? Max. Und ein nettes Bild, find ich. But was this poster really trying to tell me? This is your planet and when it comes to protecting the environment, you're the boss. It's up to us to make a choice. So come raise your voice. Save the earth. Ja, aber warum ist da eine Frau mit Titten drunter... Also, eine Frau mit Titten. Das ist eine wunderbare Auslage. Warum war da ein Frauenbild drunter geklebt? Warren should be all overbrook. They're perfect for each other. Ich kann ja nirgendswo reingehen. Überschreiben kann ich auch nicht alles. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach in unser Zimmer. Oh, ne Gitarre. Geil. Home sweet home. My favorite cocoon. Ja, ist zwar klein, aber hey, ist ein Studentenbutze, ne? Klammer in den Schrank. Looks like Dana left me a little post-it note. Happy birthday, Maxine. We'll never forget the day you were born. Your first smile was love's first sight. It's your special day. We miss you, but we're so proud that you're following your dreams. We love you, your mother and father. Ach, wie nett. Das lässt einem auf das Herz aufgehen. Oh, ich hab ne Nachricht bekommen. Max, your Principal sent me an Email saying that you told some telltales about Blackwell Honour students. And this student's principal said it was your false charge. Es war klar. Es war doch klar, dass da nichts gegen diesen Nächsten unternommen wird. Ich mein, Geld... Rules. Niemand sollte jemals nen traurigen Geburtstag haben. Also das ist das Mindeste, worauf jeder Anspruch hat im Leben. Besser als so aufgebrät so rumzurunnen wie Victoria Bitch. Ich guck mich hier erstmal um. Look and play. Das machen wir gleich, weil ich weiß, dass dann wieder ein epischer Song kommt. Deswegen gucken wir erstmal weiter. Ach, wir haben ne Pflanze, guck mal an. Ich hab dich nicht vergessen, little Lisa. Noch. Little Lisa, gib mal mal ein bisschen Wasser. Du bist faszinierig. Ich bin die schlimmste Babymama. Drink auf. Auch diese Auktion will Konsequenzen haben. Auch diese Auktion will Konsequenzen haben. Wenn ich nicht durch einen Schilder schaue, dann schaue ich durch ein Fenster. Sempre schaue. Na, das machen grundsätzlich viele im Leben auch. Das ist... One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Sticky note. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey girl, I borrowed your drive so I can watch some flicks while I study. If you need a bag, just check me down. Achso, da hat sich jemand unser Lauf weg. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Genau das wollte ich gerade sagen. There's my poor laptop begging me to check in. Ja, lass uns mal gucken. I look so pathetic. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Das ist, ähm... Soll das Facebook sein? Uh... I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Camera porn. Schöner Name. Welcome to Camera Porn, your one step web resource for almost every camera ever produced. Domestic or international. Click on any of the camera pics below for exact model specs. Lauren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. It's nice to feel like I already made a real friend here. Let's read. Philip Lorca de Corsha, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Juliet Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly. What a fantastic eye. He could truly freeze time. Good, I must be honest with you. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. That's the only tourist picture I let them take of me. The space needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont troll. Interessante Bilder. Also, es lohnt sich echt, sich hier rum, um zu gucken. Da haben wir noch Kunstbücher. Cartier-Bresson, Blaineau, Hamilton. The greatest. Play. Machen wir gleich Kissen. So cheesy, but... It makes me smile, thinking of the day, Mom and I sewed that together. Bad, ne, hinlegen, noch nicht. Ahoy, Captain. At least I know, you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Schöne Geschichte. Da kann man die Dings ausschalten, den Strom. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. To Max, er... To Max, er... To Max, er, who it may concern. Smell the content of the flash drive of a gra... A graphic, life, altering, conversion of... I congratulate Sig on your taste and eagerly await you in in-depth reviews of Cannibal Holocaust and Alter. Ist klar. Spiegel, können wir auch gucken, oder? Hard to believe, I'm 18. So I look any older? Just more stressed. Ich könnte ein Foto machen, ne? Und jetzt das, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut hab. Gitarre spielen. Und danach mach ich das Radio auch nochmal an. Weil ich hab ja schon erwähnt, dass ich die Musik in diesem Spiel liebe. Ich lass euch mal so ein paar Sekunden einfach alleine damit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.